Im Rahmen dieser Studie gab es verschiedene Vorträge. Ein Trendgastrodom hat mit seiner Rede einen Nagel eingeschlagen und einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Was hat Sie persönlich am meisten Fasziniert? Was war für Sie ganz persönlich am spannendsten? Michael Peckler. Einfach die Art und Weise, wie er erzählt hat, wie er den Mut hat, Sachen durchzubrechen und den Mut hat, Sachen neu anzugehen. Und so sehr viel Positives ausgestrahlt. Das Referat von Michel Peckler hat mir extrem Eindruck gemacht. Der Fokus auf ganz konsequent etwas umsetzen, dranbleiben, hartnäckig bleiben, das hat mir wirklich gepasst. Betriebsgewinn minus 5,4 Prozent. Ich unterrichte an der Hotelfachschule Luzern. Ich muss meinen Leuten, die sehr viel Geld investieren, in diese Schule. Und wenn sie da rauskommen, machen sie einen Betrieb auf. Und es ist eigentlich schon klar, dass sie Verlust machen. Also etwas Dürferes gibt es ja eigentlich gar nicht. Und ich finde auch diese Negativausrichtung, die wir da in Zahlen haben, an was wir anknöpfen, wie wir an das anknöpfen, völlig falsch. Ich kann ja Buchhaltung nicht neu erfinden. Aber ich kann den Gast studieren. Und ich finde das etwas vom unglaublich Wichtigen. Wie geht dann der Gast mit uns um? Und was will dann unser Gast? Und wohin geht dann dieser Gast? Wir hatten ein Telefon letzten August von einer Familie, Hotel Tschucken, ob wir diesen Alpenblick übernehmen würden. Für mich eine Spielwiese. Mega cool. Endlich mal etwas in den Bergen. Ich habe sowieso das Gefühl, in diesen Bergen, was wollen diese Gäste? Sie haben gesagt, es ist ein Fünf-Stern-Hotel. Sie haben diesen Alpenblick gekauft. Sie können das nicht. Auch absolut okay. Wir sollen da irgendetwas Gestörtes machen und so richtig verrückt. Jetzt nochmals. Wenn wir überlegen, was will ich dann in diesen Bergen? Was will unser Gast nicht ich? Wohin geht er? Wieso gehen Deutsche, Ausländer? Wieso geht man nach Arosa? Wo sind dann die Begründungen? Man will Bauer sehen. Man will dorthin gehen, wo ein Feuer brennt. Wieso stehen Kühe, Gänse, all das Zeug? Wir sind ein Land von Kühen. Und wenn der Chinese die Kühe sehen will, dann soll er sie doch sehen. Wir haben einen Grill aufgestellt und auf die Speisekarte geschrieben. Hey, Sie müssen selbst grillieren. Jetzt sagen Sie das mal einem Küchenchef. Ich will zeigen, der kann doch nicht. Unmöglich. Und das kommt so gut an. Diese Gäste kommen und finden das mega, dass sie selbst grillieren können. Also ich könnte sogar für die Wurst wahrscheinlich mehr verlangen, wie wenn sie grilliert ist, nur dass sie sie selbst machen können. Diese Problematik, wo man einfach davon ausgibt, Warenaufwand, 33% Personal und so weiter. Ich glaube, diese Zeit ist auch ein bisschen vorbei. Ich glaube, man muss Welten bringen. Und dann habe ich gesagt, gut, ich würde gerne in meinem Restaurant dort oben irgendwie 200 Hühner haben, weil 200, 100 wären vom Fuchs gefressen. Dann haben wir noch 100, oder? Das war dann so die Überlegung grundsätzlich. Und dann kamen die Bauern. Und das ist ja das Verrückte, oder? Kamen die Bauern. Das kannst du nicht machen. Das geht nicht. Entschuldigung. Ich kann doch jetzt einfach da Hühner herumrehen lassen. Ein bisschen Körner. Und am Morgen kann ich mit den Kindern die Eier holen. Eigentlich das, was vorher erzählt wurde. Jetzt sagt aber der Bauer, nein. Wieso? Was ist die Begründung? Wenn irgendein Gast, und das finde ich ja so faszinierend, wenn irgendein Gast dem Huhn ein Pommes frites gibt, dann wird das zu traurig. Und jetzt? Ja, aber das Huhn ist nachher am Bein. Mega! Ich meine, haben Sie schon mal ein Huhn am Bein gehabt? Noch nie. Würden Sie es fotografieren? Sicher wäre es auf jedem Facebook. 100 Millionen. Ja, aber das geht noch weiter. Dieses Huhn wird auf den Tisch fliegen. Noch mega, oder? Viele von Ihnen haben Restaurants, die sind bedient. Die haben eben diese Personalkosten, diese Warenkosten, diese Betriebskosten. Und ich studiere mir massivst, was machen dann andere? Sie haben sich sicher auch schon mal überlegt. Wieso? Wieso reklamiert ein Gast, wenn bei Ihnen ein Menü, das 5 oder 6 Gegner hat, 80 Franken kostet? Wieso reklamiert er? Und der genau gleiche geht am nächsten Tag mit Jeans mit seiner Freundin so zwischendurch an eine Sushi-Bar, nimmt ein Teller, zwei Teller, drei Teller, fünf Teller, sieben Teller, zahlt 100 Franken und das ist völlig egal. Haben Sie schon jemals jemand gehört, der reklamiert, wenn er an eine Sushi-Bar geht? Wieso jetzt nicht ein Cocktail zum Essen? Weil wir, wir, wir Gastronomen gelernt haben, dass man das nicht macht? Ist ja voll doof eigentlich, oder? Ich weiß, ich bin, glaube ich, einer der schwierigsten Lieferanten oder Kunden, die es überhaupt gibt. Aber für mich ist es eigentlich wichtig, es hat ja sehr viele Zulieferer hier, dass es eine Zusammenarbeit ist. Dass ich streiten kann, dass wir zusammen eine Idee entwickeln, dass sie mich unterstützen. Also wir haben in unseren ganzen Betrieben, haben wir, glaube ich, einen Metzger, aber wenn dann ein Küchenchef nicht zufrieden ist mit dem, dann darf er auch weg. Ich lasse uns auch nicht kaufen. Wir haben nirgends Verpflichtung, nicht mal bei Bier, überhaupt nirgends. Wir könnten sofort wieder, weil das will ich nicht, oder? Es wurde am Anfang auch gesagt, immer günstiger einkaufen, das ist doch alles Blödsinn. Weil das merkt der Gast. Also wir schauen eigentlich immer, dass wenn wir günstige Betriebe haben, dass wir teuer, dass wir einfach das beste Produkt haben. Wir haben unseren eigenen Fischer, wir zahlen dem 25 Kilo auf das Kilo Fälchenfilet. Bianchi würde mir dasselbe vom Genfersee für 5, 10 Franken geben. Für diese Tonnen, die wir da rauslassen, ist das viel Geld. Aber der Gast, der akzeptiert das, da bin ich so. Und er merkt das auch. Für mich als Gastronom, ich glaube, so wichtig, dass man den Gast nicht vergisst. Und wohin das die Reise geht. Und was will er? Ja, ich gebe seit 20 Jahren Schule in Luzern. Und ja, man muss ja auch ein bisschen etwas aufmischen. Also ich denke das dann total auf, wenn ich eben jetzt in den Verwaltungsrat komme, von der Engelberg-Titlis mit den verschiedenen Gross-Lieferanten zu tun haben, die zum Teil da sind. Und einfach finde, hey, nehmen dir mal den Finger raus und machen dir mal etwas Neues. Weil, ja, man kann nicht immer klagen. Also der Herr Angern ist vorher gekommen, der hat gesagt, weisst du bist eigentlich einer der Einzigen, wo nicht immer nur klagt, sondern es ist eigentlich, komm und mach etwas. Und das ist halt so ein bisschen, ja, mein Lebensmotto auch.